Hallo und willkommen bei SideDeck Gaming, heute wieder mit einer weiteren Runde Rainbow Six Siege und wir sind diesmal zu zweit unterwegs mit RONZOGONZO69, machen eine Runde auf dem Kanal und ja, spielen zur Abwechslung mal eine Runde locker. Nach dem Intro geht's wieder los, viel Spaß und los geht's. Surprise, Motherfucker! Ja, okay, hier haben drei, mit dir dann eins zu gepicken, dann kann ich nicht. Ich bin echt tief. Ich hab eine. Nächste. Kein Fall, das war letztendlich, oder? Nächsten? Drei? Ja, die kommen alle davon hinein. Im Scheißhaus ist noch Sledge. Hab ihn. Du wirst jetzt das irgendwie schon. Der steht plötzlich vor mir, das gibt es nicht. Ohohoho. Auf dem Kanal. Wer nehmen wir mit? Soll ich mal Caveira wieder nehmen? Ja, wobei. Oder willst du Frost? Okay, ich hab keine Schuld. Milch-Fans-Frost. Von Spielhalter. Nimm mal Caveira, die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich steig gerade oder mit Kontaktgranate. Nur mal Kontaktgranate. Granada. Granada. Kontakta Granada. Jawoll, auf eine gute Runde hier. Los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Aber jetzt reißen wir hier was. Hätte ich gesagt. Auf geht's. Auf geht's. So, jetzt mal. Bots fordert. Wir sind alle zu dem Bots fordert. Die Grüne der Gegner hat hier viele Tage zu älter gebunden. Hand gesichert! Oh ja. Oh ja. Sohne wollte ich hier nicht rein abgezogen. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 10 Sekunden. Nachwechsel doch ein Geld weg. Mein Mann! Gott, genug Gucht. Sohne, schauen wir mal Smau. Komml herek. Wie reinwเหbuben. Andy Dykerk. Ich muss schon hier etwas weglegen. Jetzt Researchers ocht er tot. Der Architektikoo. Architektikoooo! Kumpel hier. ich habe euch unten aufmacht Ich wechsle Magazine! Bist du uns, oder? Wo kommen die hinein? Ach! Ja, okay, ich habe einen Dreier und eine Vierer, nein, Skripping, da kann ich nicht... Nee, echt, das war... Jawoll, hab eine! Nächste! Ey, Kapkan, was war läufst denn du hier rum? Nächsten, drei! Lila, die kommen alle da vorne rein! Kommst du da gerade rein, Kapkan, pass auf! Okay, jetzt haben wir dann alle, glaube ich, oder? Oh, da ist ja überall zu! Ich wurde entdeckt, wieso wurde ich entdeckt? Wer hat mich entdeckt? Oh, ne, die kommen nicht her! Die einzige Nachteil ist jetzt hier oben. Okay, ist oben auf jeden Fall noch. Was ist das? Ich habe Leppe! Ah, ne, da ist schon der... Ding hier! Ping! Jawoll! Eigener Trupp Siegreich! Alle Gegner eliminiert! Hm? Schau mal auf meinen Ping! Schau mal auf meinen Ping! 5,41! Alter, Alter! Jetzt geht er! Wieso? War er schon vierstelliger oder was? Davor habe ich 1.800 gehabt! Alter, falter! Üble Geschichte! Boah! Oah! Oah! Jetzt hat tausenden einer vorhersen! Alter, alter, alter! Hat wieder jemand... Amazon Streamer... Video... Streamer angestartet? oder youtube ja ich kann jetzt hinzu das kann da ja solange du nicht mono bist ja aber es bringt mir nix weil ich mir nur bewegen kann ja ich hab's ja vorhin gesehen im replay das war ja echt übelste geschichte das bringt nix 10 sekunden bis zum einsatz 5 sekunden bis einsatz weiter zum standort des biogefahrgut behälter das zeugt der 62er ping an aber ich hoffe trotzdem bei unten fps bringt er mal 59 und bei ms 180 was für werte hast du? 175 ms das was es anzeigt oder was? es ist kein entkommen er hat geschossen wer wäre das hier? ist der jetzt gerade durchgelaufen? hä? wo sind die jetzt gerade im gang da durchgelaufen? aber das war Travera ah die hat er weggemacht ist besser kommt jemand? ja ok ok da ist Vakery kapsel unten im scheißhaus glaube ich ist einer ja ich bin eh beim scheißhaus ich bin eh beim scheißhaus Was ist noch Sledge? Gabi? Du wusstest, dass er hinschaut Ach komm, ich bin doch schon lange hinter dir Stirbt's hier eigentlich? Ja, weil ich ihn zuhoben habe Nix haut eben Nix haut hin Der ist da gleich, gerade hinter der Wand Da ist er ja Nix Wo? Nix Ja, wache da vorne Nein, meine Drohne habe ich nicht mehr Was ist denn das? Ich wurde entdeckt, das gibt's doch nicht Einfach nein Boah, der steht plötzlich vor mir Das gibt's nicht Oh Mann Oh Mann, wo kommt der jetzt plötzlich her? Kriegt der plötzlich her? Ach komm Weil der auch voll gelegt ist Weil der auch voll gelegt ist Ja Kack ey Wäre was weg, wie nehmen wir den da mit? Jager Jager, Jager Ja, schade, schade, schade Das war wohl nix hier You're out Wenn's jetzt die Runden wieder so ist Wenn's jetzt die Runden wieder so ist, dann Jager Ja Ja Unspielbar, oder? Ja Das ist echt kack Drahtausblick Schwerer gebracht Lass sie nur kommen Die Wandverstärkung ist fast fertig Die Wandverstärkung ist fast fertig Das sind die am Laufen, oder? Was ist das? Eifern Okay Ja, Rons, du brauchst halt eigene Leitung Egal wie Du hast das irgendwie hingekommen Ja Das ist nix auf Dauer hier Fünf Sekunden noch Hier können wir das nicht platzieren Die Gegner haben den Video-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Auch keiner sagt Kann das da hinmachen Aber er ist es platziert und einsatzbereitert Jetzt sind eigentlich natürlich ganz woanders hier Die Größe ist hier Was ist da? Wer ist oben? Carrera Okay Brauchen wir uns alle nicht vor Das geht auch hoch Lass mich hier alleine Kein Problem Lass mich Lass mich alle hier allein Okay Draußen läuft schon einer Hier ist einer, ja Schweren uns alle hier Ja, schweren uns alle hier Was sind die alle? Ich meine Ahnung Die uns sind Ja irgendwo Laufen sie rum Roman Und kacken hier voll ab Oben Über uns Raus am Fenster Okay Von oben Von oben ballern Sack Räufer runter Und der ist immer noch am Fenster Schaust du am Fenster da? Ja Ja ich hab dort einen Zug Mit der Luke da Schaust du hier hin? Da war doch einer im Fenster Nurs Oh man Der eine macht Lärm an der Tür, der andere fallert von der andern Seite. Nein, das ist ja runter gesprungen. Die Ass, die Ass, die Ass, die Ass. Ja, komm gleich wieder raus. Voten hier. Das ist ja nicht ordentlich. Das ist der Wahnsinn. Penner ja, eine Stimme. Oh, viel locker hier. Du hast gleich raus gevotet. Der Witz. Das ist der Witz vom Onkel Fritz hier. Der Oberwitz. Der Oberwitz hier. Beat that! Beat that! Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, ich höre jetzt dann auf. Unten Karten rum. Äh. Ja, Karten rum. Ja, geht gar nicht, oder? Ja. Ja. Oh, ne. Oben schieße. Sauberräume. Ich kann nicht ohne mit der Drohne gescheit fahren. Ja, wie gesagt. Ja, wie gesagt. Das hält. Ich meine, die... Am Lasten haben wir jetzt wahrscheinlich die Twitch schon nur YouTube. Wenn ich schaut irgendwelche Filme. Ja. Klar ist jetzt volle... Standort des Bio-Gefahrgut. Leitung voll. Angriffs erlaubt ist erteilt. Die Leitung ist voll. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist hier die gegenseitig alle weg. Ja. So, wo müssen wir gleich wieder hin? Guck mal mal mit derRa 제품. Tag. Zwei waren unten im Gang. Taft ut en case. MINGLEIGN. Ja. Oh, da muss das Fenster auf Fenster hinten Mir auf Fenster Kann man doch mal hier sein Ihr habt den Gefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position Schauen wir uns das aufschauen, ob wir das nicht mehr rein Muss auch Fenster gemacht Mir, der ist oben Im Gang Absicht Ein Gegner übrig, den Behälter sichern Sicherung des Behälters einstellen Woll, sehr schön Nex Voller Leer Achso, da war der Mutanje drin Donner Slee Donner Slee Donng Hallo Wir wollen da rein Wir wollen da rein Sightech Gaming 902 Ja Sind wir fett am Start hier So, wir nehmen wir jetzt mit Oh, Jäger ist weg Cabrera Ja, nur Was machen wir mal weg Der Bandit ist für Äh, sorry Der Bandit ist für den Jäger Bestimmt Nein, hab jetzt die Shotgun Verdammt Die wollt ihr doch gar nicht Wir müssen den Biomare Behälter schützen Den Raum sichern Shit Ah, egal Bin Cyber These Ja Dem Banane hier My bad Banane Da Man, die werden es nicht weiter es bleiben zehn sekunden standort des bio gefahrgut behälter so unbekannt weiterhin absichern die du bist hier sind es raus die kamera ist ja super zu sehen sind ja die sind da tüttcher da ja da tüttcher da ja 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 jetzt muss der wieder aufmachen natürlich kommen keine gegner fängt der erste natürlich wieder hier an okay tüttcher geht unten rein hopp Zwischengang und der ist bestimmt bei mir oben der ist unten beschäftigt für den guten Zwischengang ja hat er wohl verloren durch die Fuse ist direkt unter an der Treppe wir können es noch der und behälter gefunden ja sledge habe ich weiß nicht wo alleine war Eine Minute haben sie noch. Fuse war Treppe, Haupttreppe unten, gell? Kommt aber nicht hoch, siehst du einen? Fenster. Fenster? Mei, der Ding, der ist jetzt rausgesprungen, das hat er jetzt da vorn, hey. Die ganze Zeit... Ja, komm, komm, schau ich... Welches Fenster war es? Ja, da da beim Ding, beim Archiv, da wo... Jetzt sind sie drin, Treppe. Oh, Treppe! Jetzt kommt sie hoch, Twitch, weißt? Ganze Zeit schaue ich hin. Dann kommt sie jetzt hoch. Super. Und ich schaue da blöd raus. Ja, ihr wollt halt jetzt zum Fenster vorkommen. Ja, weil der eine Hans Wurscht auch wieder rausspringen muss, weißt? Oh, wo sind die Gegner, wo sind die Gegner? Fregele Idiotes. Naja... Naja... Es ist ja hier wieder... So gut dabei gewesen. 10-03, hey, und dann... Und dann so ein Abschluss hier... So, wo ist es? So, wo ist es? So, wo ist es? So, wo ist es? So, wo ist es?